Hi, ich bin Emma Dittmar und ich bin hier bei der Firma Hüppe als Mitarbeiterin in der Produktentwicklung tätig. Wir möchten euch heute zeigen, wie die Wandmontage einer 10 mm Duschkabine mit Hüppe EasyStyle komplett ohne Bohren funktioniert. Ein Grund mehr, das EasyStyle System von Hüppe für die Teilbad-Renovation zu wählen. Dank unserer drei neuen EasyStyle Verbindungsprofile für Select Plus ist es nun zum einen möglich, die tollen Accessoires für Select Plus direkt auf der Wand zu montieren, ohne dabei bohren zu müssen. Zum anderen bietet unser neu entwickelter Schraubensatz für EasyStyle die Möglichkeit, eine 10 mm Walk-in der Serie Hüppe Select Plus zu montieren, ohne dabei bohren zu müssen. Dieses neue System der Wandmontage mindert zum einen das Risiko von Wandbeschädigung, zum anderen bietet es aber auch eine erhöhte Dichtigkeit im Duschbereich. Wie das Ganze funktioniert, zeigen wir euch jetzt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020